Herzlich willkommen meine Damen und Herren, Samstag Nachmittag 16.15 Uhr in Hamburg in dem schönsten Kochstudio Deutschlands. An meiner Seite eine bezaubernde Dame, die schönste Politikerin Deutschlands. Theaterwissenschaften studiert. Beste Voraussetzung in der Politik etwas zu werden. Das muss man so sagen. Zur Politik ja, aber ob das auch. Das schauen wir mal zum Kochen. Ich werde mit ihr kochen und zwar werden wir etwas Traumhaftes machen. Das ist die Claudia Roth, bevor ich den Namen vergesse zu sagen. Entschuldigung, um Gottes Willen, Claudia. Die Claudia wird machen und traumhafte Muffins. Aber mal Muffins, so wie sie richtig lecker sind und dass man gar keine Probleme mehr hat nachher mit dem Anrichten. Und zwar in der Tasse gebacken mit einem Trüffel Schokoladenkernchen. Das ist so richtig sämisch und zerlaufend. Und ich werde gleich vorlesen, was ich mache, weil wir haben ja noch jemanden in der Küche, der auch kochen möchte heute. Johann Lafer, wen hast du dabei? Ja, ich habe hier Patrick Fichte, den wunderbaren Schauspieler. Herzlich Willkommen. Patrick, wenn ich denn Horst seine Beschreibungen höre, kann ich nur sagen, wenn das auch schon schmecken würde, das beschreibt, wäre das wunderbar. Ja, es bleibt zu hoffen, oder? Aber eigentlich hoffe ich, dass wir ihn schlagen werden. Ja, wir machen das. Guck mal, wir machen zuerst mal kalte Passionsfrucht-Gurkensuppe mit gebackenen Riesengarnelen und ein scharfes Taihuhn mit Pak Choi. Klingt sehr gut. Pak Choi kenne ich auch. Asiatischer Ton. Genau, genau. Und wie immer, es ist zwar schwer für mich, aber ich tue es trotzdem. Ich begrüße meinen Kollegen Horst. Hallo Horst. Hallo, Johann. Bei dem Applaus, den du dir dein Essen bekommst, könnte man sagen, du kochst mit Vorschusslorbeeren heute. Ja, genau. Aber warte ab, wenn ich vorlese, weil das kriege ich diesmal tatsächlich nicht ohne Lesen hin, weil das macht Johann normalerweise auch, weil mein Hauptgang heute wird euch weghauen, weil ich weiß, was ich heute tun muss. Und zwar werde ich machen mit einem Steak-Acher-Krütt-Pomme-de-Ther. Bitte nochmal langsam. Steak-Acher-Krütt-Pomme-de-Ther. Was? Was heißt denn das? Das ist ein gefüllter Hackbraten. Aber der ist natürlich nicht einfach nur gefüllt, sondern der wird gefüllt mit Büffel-Morzarella, mit gebratenen Zucchinis in einer Kartoffelkruste im Backofen gebacken. Das heißt, man braucht definitiv keine Beilagen mehr dazu. Und jetzt möchte ich meinem Freund Johann noch ganz kurz etwas erklären, weil die Frage kam in einer anderen Kochsendung auf, und zwar wegen Büffel-Morzarella. Johann, hier kannst du sehr schön sehen, dass ein Büffel nur zwei Morzarellas hat. Das stimmt, kommen wir auch vom Land. Soll ich jetzt schon mal anfangen? Ja, ich kann schon anfangen. Also, dann tue ich jetzt das Mädel rein. Der Büffel hat die Operation übrigens hervorragend überlebt. Das ist doch eigentlich ein falscher Hase, was es heute gibt. Der Büffel? Nein, der Büffel ist nicht falscher Hase. Achso, was wir da machen. Was ist doch falscher Hase? Im Prinzip ist das eine Art falscher Hase. Nur im falschen Hase kommen tatsächlich dann haftgekochte Eier rein. Und wenn man den schön aufschneidet, dann kommen diese Eigelb wunderbar raus. Und das ist auch was herrlich Leckeres am Butterbrot abends. Das hat man ja früher gemacht, wenn die Hase zu schnell waren. Deswegen war das der falsche Hase. Oder wenn die zu teuer waren. Johann, du machst ja die Vorspeise. Ich muss dir aber eins noch sagen. Als ich gestern angereist bin nach Hamburg, sind wir ja einen Tag früher gekommen. Ich war zehnmal nur hier und jetzt machen die schon ein komplettes Autobahnkreuz auf meinen Namen. Was? Ja, Hochsterkreuz haben die hier. Ich hab auch eine Laferstraße gesehen. Lafer-Sackgasse. Da siehst du mal, wenn man nicht kochen kann, was man erreicht. Gibt's welches ein Autobahnkreuz? Ja, weil das immer so viel Stau. Also wir machen jetzt erstmal hier eine Suppe. Und zwar, dazu ist der Patrick gerade dabei. Frische Passionsfrüchte. Übrigens, das muss man auch mal den Zuschauern zeigen. Dabei die meisten kennen das nicht. Das sind Passionsfrüchte. Die sind nicht nicht alt, sondern die sind wirklich so. Die sind so schrumblig. Und die haben in der Mitte dann ein wunderbares Kerngehäuse. Darum mal kurz zeigen. So, guck mal hier. Da ist die Kamera. Hier, so sieht das aus. Und dieses kann man natürlich so essen. Oder man macht das so wie der Patrick jetzt. Dann werden wir rausgenommen. Genau. Und drückt den Saft raus. Weil wir mixen das nachher. Und die Kerne darf man nicht mitmixen, sonst wird das bitter. So. Also drück ich's durch dieses Sieb. Mhm. Ich hab auch mal feige sehr früh gleich am Anfang der Sendung angefangen. Ja, ist gut. So ein kleiner Vorsprung vielleicht vor der Konkurrenz. Bin ich auch wichtig. Warte ich. Joa, warum kratzt du eigentlich die Kerne aus der Gurke raus? Die wachsen so langsam da rein und du holst sie einfach brutal raus. Also. Es sind schon vier drin. Es sind schon vier da. Okay. Die mach ich, was auf. Die mach ich nur raus, weil, äh. Weil? Du verträgst keine Ballaststoffe. Die Eier muss ich die gacken. Warum? Du hast übrigens noch einen Gast an deiner Seite. Achso. Ja, Schatz. Ja. Ja, Schätzelein. Eier ganz rein oder soll ich das? Ja, ohne Schale. Ohne Schale. Ja, das war mir klar. Ja. Aber soll ich... Aber nicht trennen. Weiß und Geld nicht trennen. Nein, nein. Also jetzt nicht. Nein, nein. Wenn die Natur dazu wollte, lassen wir das doch so. Seit dem Mauerfall ist ja doch verboten mit der Trennerei. Deswegen machen wir nur außen die Haut ab. Was zusammen gehört, soll man nicht trennen. Wir sollten aber mal ganz kurz erklären, was wir gemacht haben für diesen Teig. Ich habe hier wunderschönes Mehl gehabt. Genau. 405er. Backpulver rein. Backpulver. 2 Teelöffel Backpulver. Zucker. Zucker. Und Bourbon-Vanilzucker. Wenn, dann müssen wir uns auch was Gutes hier. Ganz schön. Hier ist ein bisschen dunkel, ne? Genau. Und was in jede Süßspeise gehört, ist eine Prise... Salz. Jawohl. Das ist langweilig. Hier haben wir Joghurt. Wie möchte ich leben? Eier. Möglichst ohne Schale. Ja, ich komme gleich zu dir, Johann. Sei nicht so ungeduldig. Ne, ich muss dir was fragen. Wenig Öl dazu. Was ist das für ein Öl? Öl. Ja, Öl. Da gibt's ja solche und solche. Gibt ja weg vom Öl. Das ist aber weder was anderes. 10w40 heißt das. Also Sonnenblut. Das gibt's in so großen Kanistern. Das ist sehr schön. Gut, gut. Hör das einfach rein, ja. Dann läuft's auch nachher gut. Das habe ich in meinem Polo getestet. Das hält langweilig. Schöner, dass es nicht klumpft. Damit das nicht auseinander hässlich wirkt. Johann, ich bin direkt wieder bei dir. Du hattest mich gerade so schön im Arm. Warum steht auf der Mehlbackung drauf zum Beispiel Type 405? Das war gemein. Jetzt hat er mich kalt erwischt. Das ist doch die Art und weiß. Ich dachte immer, das wäre die Grammzahl. Das ist der Mahlgrad, wie fein das Mehl ist. Genau. Wie fein das Mehl ist? Ja. Siehst du, das ist typisch. Ich weiß nicht, der Koch kocht nur mit feinem Mehl. Das heißt, du hast dann Typ 1240, ganz fein. Nein. Aha. Guck mal hier. Ich wünsche mir eine sehr überraschung, Johann. Ganz kurz mal jetzt her. Wir haben jetzt die Gurken hier geschnitten. Ich gebe ihm den Passionsvorsatz dazu, Patrick, bitte. Dann machst du rein Limonenschale, Saft, Creme Fraiche, Mineralwasser, Pflaumenwein, wichtig. Horst, geh zum Pflaumenwein. Horst? Ja, Johann. Ich lebe hier. Bitte? Kennst du Pflaumenwein? Ob ich Pflaumenwein kenne? Ja. Warte, ich kenne Pflaumenwein. Ja, ja. Ich kenne Pflaumenwein. Aber damit habe ich ganz interessante Erfahrungen gemacht. Den trinkt man doch nicht durch die Nase, ne? Das hätte ich der Pflaume nicht zugetraut. Oh, lecker, warte mal. So. 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 Für die Kartoffelkruste. Für die Schnippere Gesendung. Nein, Pflaumein rein. Dann. Bisschen speziell. 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 Das hat da den Baumwein warm gemacht. Ja. Damit man vergisst, was man gegessen hat. Darf ich jetzt untermenge? Ja, jetzt darfst du das schön untermenge. Jetzt kommen übrigens beide Sachen zusammen. Einmal das Mehl mit Zucker, kommt jetzt zu dem Joghurt, Öl und Ei. Dann haben wir hier Tassen stehen. Die Tassen werden mit Butter schön ausgefettet. Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Und dann zeigen wir euch gleich, wie bei den Muffins dieser wunderbare Kern reinkommt. Der Trüffel-Schokoladenkern. Das ist nämlich ein Tipp, das sage ich euch. Hast du eigentlich gesehen, Claudia, hat der Johann mir alles abguckt? Jetzt kocht er auch schon mit Alkohol. Aber das sind wir verraufend, zum Wohl. Dann passt eigentlich doch Bierchen dazu, zu unserem falschen Hasen. Aber gerne. Ja, da müssen wir aber eins schlossen. Moment, ich muss ja unterrühren. Claudia, du bist ja was bodenständig. Guck mal, es gibt ja nichts. Ich möchte bitte mal eine kleine Aufmerksamkeit haben. Guck mal, es gibt ja auch noch einen Menschen, der in der Küche noch kocht. Das ist nämlich der Patrick. Das ist der Arbeit. Ich dachte, das ist ein Koch-Sender, oder? Siehst. Und Patrick, du kochst bestimmt auch zu Hause, oder? Ja, sehr gerne. Also nie für mich selbst, aber sehr gerne für Freunde. Also für mich selber kann ich nicht kochen, dann habe ich keinen Hunger mehr, wenn es fertig ist. Ehrlich? Ja. Aber heute schon, oder? Heute schon. Jetzt hier? Ja. Ja, ja. Ich werde reinhauen. Ich habe jetzt noch eingegeben. Also nochmal, Passionsluchtsaft, Pflaumenwein, Chili, Zitronenschale, Limonsaftes Genugschale jetzt. Dann Wasabi, das ist eine grüne Meere, das ist aus Japan. Reingeben hier. Und dann machen wir rein jetzt etwas Mineralwasser. Wichtig. Mineralwasser rein. Letztes Mal hast du den Barsami aus der Tube genommen. Gibt es den auch in Dosen? Den gibt es auch in Dosen, genau. Warum hast du denn letztes Mal die Dose, die Tube gehabt, Johann? Die Tube. Wenn du möchtest, du kannst auch Publikum fragen. Weil ich jetzt letztes Mal gesagt, ich bin ein Dosenkoch, jetzt bin ich heute mal ein Dubenkoffer. Ja, Moment, darf ich probieren? Ja, bitte. Das hier ist getrocknet. Muss man so viel probieren, Johann? Ich trau ihm ja nicht wirklich. Nee, mach weniger. Oh, ich möchte das. Ja, das muss ich ja, rein farblich ist das ja, ne? Ja, nur ein bisschen vielleicht. Das klingt scharf, ne? Ja, ist das scharf? Ja, ist das scharf? Ja, ist das scharf? Ja, ist das scharf? Ja, aber halt. Kennen Sie diese Wasabi-Erbsen? Da muss man durch, das ist doch wie Meerrettich, oder? Ja, es gibt so Wasabi-Erbsen, so kleine grüne Erbsen, die sind scharf. So was schmeckt gut vorweg irgendwie zum Cocktail. Ist das jetzt soweit okay, oder muss das noch ein bisschen... Ist das okay? Ja, Bierchen drauf, dann geht's wieder weg. Ich bin da zu Hause. Oder ist das noch zu glimpig, oder ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. So sieht der... Nee, ich bin dran, Johann. So sieht übrigens jetzt der Teig aus vor dem Backen. Das heißt, man muss mit einem Holzlöffel die Mehlmischung vor sich unter die Joghurtmischung nachher unterheben. Nicht mixen oder aufschlagen, wie Johann das jetzt mit technischem Hilfsgerät zum Beispiel bei seinem Gericht macht. Sondern man kann das sehr schön wie früher mit einem Holzlöffelchen machen. Gut, jetzt tue ich die Finger waschen, weil ich die Dinger noch... Genau. Finger waschen, ausfetten, dann in gleichen Mengen umfüllen, da vorne. Ich werde in der Zwischenzeit... Guck mal hier, Johann. Ich hab mir mal was gegönnt. Was ist denn das? Ich weiß auch nicht, das sah nur geil aus in der Verpackung hier. Ich wollte mal was Goldenes in meiner Küche haben. Ein Tropfen Öl. Kurien, stimmt's? Um jetzt meine Zucchinis anzubraten, die mit als Füllung in meinen Hackbraten gehen. Ich nehm die Finger, ne? Ist erlaubt. Aber gerne noch. Mit so einem blöden Finger. Ich finde, das sieht auch sehr hübsch aus, wenn du das mit den Fingern... Die sind ja auch sauber. Die sind sauber. Ja, logisch. Johann. Ja. Jetzt nur mal so ganz nebenbei. Ja. Ich weiß, das ist ein Fehler, der dir immer wieder mal unterläuft. Weißt du eigentlich, dass man Knoblauch nicht fressen darf? Weißt du, fein schneiden, dann entfaltet der sein Aroma schön. Weil wenn du den pressen würdest, zerfasert er und wirkt bitter. So, woher weißt du das, Horst? Ich lese nachts Kochbücher. Ich war lange selber Knoblauch, deswegen weiß ich. Weil fies das ist, wenn du da gepresst wirst. Das sind übrigens die Brötchen, die ich heute Morgen im Hotel zum Frühstück bekommen habe. Die waren von gestern. Was? Die waren von gestern. Das sind die Büffelmozzarella, wenn die in der Sonne gelegen haben. So, weil wir nehmen ja kein Paniermehl, wobei Johann sein Paniermehl immer selber macht. Nachts im Montell macht er das immer sehr schön. Die Brötchen schön einweichen, bis sie richtig viel Wasser aufgenommen haben. Dann auspressen. Das sieht zwar nicht ganz so hübsch aus, aber das hilft, weil wir dürfen ja nicht so viel Wasser nachher im Hackteich haben. Ja, genau. Johann, erzähl mal, was machst du denn da gerade? Das sieht so schön aus. Ich mache jetzt gerade eine Banate für meinen Thai-Hohn. Und zwar, die meisten panieren ja das, das ist auch vielleicht wichtig für den Zuschauer, normales mit Zimmerbrösel. Und ich habe jetzt hier folgendes. Ich nehme... Darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage? Wie immer blöd, oder wie? Nein, nein. Ist das ein echtes Huhn aus Thailand? Wir wissen es nicht, wir haben es nicht verstanden. Das heißt doch Thai-Hohn. Ja. Sonst wäre das eine Beleidigung. Thai-Hohn heißt es deshalb, weil es kommen da besondere Gewürze rein. Und zwar, das sind hier K4-Limonenblätter. Ganz spezielle Blätter, die kann man kaufen, so grün, schmecken so ein bisschen seifig. Dann Reismehl, Sesam, Kokos. Ne, was ist das hier? Kokos-Hauspiel. Dann wirkt ja wieder seifig nachher, ne? Genau, und Makadame-Nüsse. Und das mischen wir mit geschlagenem Eiweiß, hier. Und da kommt noch Koryaner rein und Chili. Dann wird das Huhn in Stärkemehl gewendet und dann wird das in Erdnussöl ausgebacken. Also eine ganz tolle Banale. Wird ich empfehlen, es wird nachzumachen. Super. Soll ich die Garnelen schon panieren und backen? Die kann ich schon machen, genau. Genau, und der Batek macht hier die Garnelen. Und zwar... Die wende ich erst in Mehl. Garnelen in Mehl. Dann wichtiges Ei mit Sahne verrührt. Und das sind hier Bankor-Brösel. Kennst du die, Horst? Was für Knödel? Brösel. Brösel. Bankor-Brösel. Kennst du die? Bank... Bank? Mit Bankor. Pankor mit P. Mit Paula geschrieben. Pank... Sag mal, ich habe das nicht richtig verstanden. Bankor-Brösel. Pankor... Nee. Bankor... Nee, ich kenne die auch nicht. Nee, ich kenne die auch nicht. Ich war nicht von den, Johann. Das sind die Berliner Brötchen gerieben. Asiatische Semmelbrösel. Asiatische Semmelbrösel. Ich kann sie so kaufen. Guck mal hier, probier mal. Ich bin mal bei beiden Wege hierher. Ja, probier. Die werden ganz knusprig. Na ja. Die Japaner nehmen das sehr für so gebackene Sachen. Damit kriegst du die ganzen Zahnlücken zu, ne? Sag mal, Patik, du bist doch Vegetarier. Freust du dich schon auf das Hühnchen? Also... Ich ernähre mich vorwiegend Vegetarier. Boah, warst du ein gutes eigentlich. Der Johann hat aber darauf geachtet, dass sich dieses Huhn nur vegetarisch ernährt hat. Das ist mir großartig. Ich habe keine Angst da. Kannst du so essen? Nein, ich esse tatsächlich Geflügel. Du wirst lachen. Er ist Geflügel? Ja, ja. Und auch Fisch. Ich bin kein echter Vegetarier. Aber ich esse einfach sehr wenig Fleisch. Ja. Warum magst du so wenig Fleisch? Ähm... Das ist eine Geschichte, die eigentlich nicht so schön in deiner Küche zu erzählen ist. Nee, dann erzähl mal die. Claudia, magst du Fleisch? Ja. Ne? Wenn ich weiß, woher es kommt, mag ich es gern. Aber, Claudia, ich habe noch eine Frage zum Thema Lebensmittel insgesamt. Ja, Entschuldigung. Dann frage ich dich nochmal. Ist denn die Entwicklung der Bioprodukte, wie man das jetzt so hört, doch sehr zufriedenstellend? Ja, total zufriedenstellend. Also ist doch großartig. Also es war ja gerade Grüne Woche und ich war da auch da. Und da hat man gemerkt, wie die Leute... Ja, haben wir uns gar nicht gesehen. Schade. Also wie die Menschen, die fragen wirklich, woher kommt es, wie ist es angebaut. Ja. Und ich finde, zu wissen, was das für ein Schweinefleisch oder ein Rindfleisch ist oder wie das Gemüse angebaut ist, das macht doch auch die Lust am Essen nochmal viel größer. Ich finde schon. Und das ist wirklich phänomenal, dass man in Deutschland mittlerweile... Ein Engpass-Hafibierprodukte. Früher wollte keiner was kaufen, heute kaufen die das. Und das ist ja so, dass, ich glaube, das wissen unsere Zuschauer, dass man von nichts nichts machen kann. Die Hersteller kommen gar nicht mehr hinterher. Ja, man muss wirklich gute Produkte haben, das kann man nicht direkt kochen. Ich finde aber auch, ich muss ehrlich sagen, wenn es so wäre wie früher, dass die Leute sonntags einen Braten auf dem Tisch haben oder so, dann wäre alles okay. Aber da jeder morgens schon anfängt Wurst zu essen, abends das Steak haben muss, mittags, was weiß ich noch, ein Würstchen. Deswegen gibt es auch diese Massentierhaltung und das ist irgendwie nicht so unmehr. Völlig ungesund. Im Schnitt essen wir bei uns, jetzt gebe ich mal ein bisschen an, weil ich weiß, 1,5 Kilo Fleisch in der Woche. Wie jeder? Ja, im Schnitt, in Deutschland, das ist viel zu viel. Und die Ernährungsexpertin, die sagt... Das sind bei mir keine zwei Steaks. Sag mal, mach ich das richtig? Bei dir, aber beim Baby ist das nicht. Johann, mach ich das richtig? Es fehlt 350 Gramm, das reicht auch. In der Woche? Ja, aber 1,5 Kilo im Schnitt. Da muss ich aber meine Gäste umerziehen, dann könnten wir ja nur eine Woche kommen, ein halbes Steak essen, nächste Woche die andere Hälfte verlängst du. Sag mal, der Trittin hat doch schon mal für dich gekocht. Kann der das? Jürgen, Trittin ist ein ganz hervorragender Koch, wirklich, richtig gut, mhm. Hätte ich ja nie, aber da gab es eine Sauerei. So, vor allem kocht der auch, wenn du magst, es geht einem nicht so gut, dann... So, und ich meine, ich bin Dosenkoch oder Dubenkoch, jetzt bin ich auch noch der Dütenkoche, zeig dir mal was, schon her, was sinnvoll ist. Wir nehmen erst Hühnchen, also richtig gute Hühnerbrust hier, so richtig schöne Maispoladenbrust, nicht aus Thailand, sondern wenn es geht, hier vor Ort gekauft. So, und dann machen wir jetzt hier rein, einfach das Hut und Stärkemehl, guck mal. So, und dann kann man mit sehr wenig Stärkemehl und mit wenig Abfall das Hühnchen hier drin perfekt marinieren, und dann hat man nachher ein wunderschönes Hühnchen von Stärkemehl umzogen, ja, das ist ein Schüttelhuhn jetzt. Geht das beim Schnitzel auch, Johann? Das geht beim Schnitzel auch, ja. Das heißt also, demnächst brauche ich keine drei Teller mehr dreckig machen, sondern ich mache drei Tüten voll. Guck mal, es ist alles gleichmäßig überzogen. Ja, da müsste doch gehen, ne? In einem Sack habe ich die Brösel mit einem Eier. Ja, jetzt habe ich hier ein schönes, rundherum, gleichmäßig... Ja, Wahnsinn. ...maniertes Hühnchen. Oder? Nachmachen. Okay, toll. Ich würde auch gerne noch mal kurz zeigen, was wir hier gemacht haben. Wir haben nämlich hier eine wunderbare Trüffelschokolade, schön in der Mitte des Teiges gedrückt. Jetzt beim Backen läuft die Schokolade aus und wird einen Kern in den Muffin reinmachen. Und die werden wir jetzt ganz schnell in den Backofen schieben, und zwar in ein Backblech, was wir gefüllt haben mit Wasser, damit es nicht anbackt. So, liebe Claudia, alle da rein. Dann werde ich mich um den Hackbraten weiter kümmern, weil da bin ich auch soweit fertig. Das heißt, ich habe die Hackmasse, halb und halb natürlich, das heißt eine Zusammenführung von Rind und Schweinchen mit den ausgedrückten Brötchen, so wie man es von zu Hause aus kennt, mit Zwiebelchen, mit einem schönen, scharfen Senf gemischt. Salz, Pfeffer mit rein. Das Ganze wird jetzt ausgelegt auf ein Backblech, und zwar erstmal nur die erste Hälfte. Dann füllen wir das Ganze mit dem armen Düssel Mozzarella und den Zucchini angebraten, packen das Ganze ein, dann habe ich Kartoffeln schön geraspelt, die werden nochmal gewürzt und oben drüber als Teig, und dann geht's ab in den Backofen. Das Schöne ist, Claudia, dann haben wir beide im Prinzip Zeit, um die Sterneküche richtig um Sack zu geben. Ich habe noch eine Frage am Rande. Wir haben noch, glaube ich, jetzt, warte mal, 22, noch ungefähr 22 Minuten. Ein Hackbraten in 22 Minuten, wie geht das? Ich habe einen schnellen Ofen. Ich stelle mal da drauf. Ja, ja, genau. Ja, was tun wir? Ich brauche einen Wasserschüssel. So, also, ich habe jetzt hier, vielleicht auch mal zum Zeigen, diese Banate. Das ist jetzt leicht angeschlagene Eiweiß. Das ist so ziemlich sämig hier, mit Macadamiennüssen, Sesam, Chili. Wir können ein bisschen Salz reinmachen hier. So, und dann tun wir einfach diese Hühnchenteile. Warte, gibst du mir bitte eine Gabel da hinten her? Ja, hier ist eine Gabel da hinten. Oh. Leichte Schwierigkeiten. Leichte Schwierigkeiten. Okay. Ich habe einen. Schöner. Jetzt geht man einfach her, tut das Hühnchen hier rein, dann durchziehen. So schön. Warum tust du eigentlich in eine Tüte, Johann? Nee. Könnte man auch wunderbar in so einer Tüte machen. Ja, das ist schwer. Ich werde mir jetzt jede Menge Tüten kaufen. Du, es gibt ja am Flughafen unsere weiße Tüten, die kannst du doppelt von. Schöner. Jetzt hier rein. Jetzt werden die ganz langsam ausgebacken. Da bekommen die eine wunderschöne goldbraune Kruste. Das Eiweiß geht auf. Ich kann nur empfehlen, liebe Zuschauer, das müsst ihr nachmachen. Das ist lecker. Erdnussöl ist in der Pfanne, nicht zu heiß, ja? So, und während ich jetzt hier dieses Huhn mache, würde ich sagen, kann ich mal telefonieren. Denn bei uns, liebe Zuschauer, kann man ja immer anrufen oder beziehungsweise uns schreiben. Ich muss mich dann anrufen, glaube ich, aus Herne. Namen habe ich vergessen. Hast du vergessen? Denk noch mal gut nach, Joachim. Frau Barbara Gundermann, ja, Gundermann, siehst du, Marc Gundermann. Kennst du die aus der Sauna? Oh, nee, aus der Sauna kenne ich die nicht. Ich kenne nicht alle aus der Sauna, vergisst du. Die waren also allein in der Sauna. Niemand zu Hause hier, oder? Hallo, Herr Lafer? Ja, Frau Gundermann, hier bin ich. Hallo, ich grüße Sie. Hier ist Laferlichter lecker, falls ihr das wissen wollt. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Herr Lafer, ich habe eine Frage zu Tiefkühlgemüse. Und zwar, ich habe im Sommer Spargel eingefroren und vor kurzem gekocht. Ich habe aber festgestellt, dass er lange nicht so bissfest und schmackhaft ist als frischer Spargel. So geht es mir auch mit vielen Gemüsearten, wie Blumenkohl, der oft grau wird und auch nicht mal so viel Aroma hat. Ist Tiefkühlgemüse, das nach der Ernte sofort verarbeitet wird, vitaminreicher und schmackhafter als das Gemüse, was ich auf dem Wirkenmarkt einkaufe? Oder mache ich beim Einschrieren was falsch? Oh, oh, oh. Frau Gundermann? Ja? Ich habe heute schon den Vorwurf bekommen, ich koche aus der Büchse, aus der Tube, aus der Tüte. Aber für Tiefkühlkoste gibt es hier einen Spezialisten, der heißt nämlich Horst Licht. Ich darf Sie kurz vorbeitreiben. Kleinen Moment, Johann. Da müssen gerade mal die Hände wachsen, eine Sekunde. Aha, danke. Also ich bin da kein Spezialist, tut mir leid. Ja, kleinen Moment, ich muss ganz kurz das Wurz in den Backofen schieben, weil ich merke schon, was der Johann vorhat. Der will mich boykottieren, dass mein Gehackbraten hier nicht fertig wird. So, wie heißt die Dame nochmal, Johann, damit ich mich schon mal vorbereiten kann. Die Frau Gundermann aus Herne, richtig? Die Frau Gundermann? Ja, sie ist ja mal aus Herne. Wo ist denn Herne, Frau Gundermann? In Nordrhein-Westfalen. Dort ist ein Bochum. Ah, okay, das ist in der Nähe vom Horst. Da kennt sich besser aus. Genau. Frau Gundermann. Ja, hallo, Herr Lichter. Es ist sehr schön, dass ich mit Ihnen sprechen darf und ich bin tatsächlich ein Spezialist für Tiefkühlkost. Weil was könnte frischer sein als etwas Tiefgefrorenes? Das ist in etwa das Gleiche, wie Johann mit mir umgeht. Er ist eiskalt zu mir. Aber dadurch halte ich mich frisch. So, wie war Ihre Frage nochmal? Was ist mit der Tiefkühlkost passiert? Also ich habe Spargel eingefroren im Sommer. Ja. Ich habe jetzt kürzlich mal Spargel gekocht. Ja. Ich habe den kochendes Salzwasser mit Butter und einen Teelöffel Zucker. Ja. Und habe ihn so zwölf Minuten gekocht. Aber ich habe festgestellt, also er ist nicht so bissfest und hat auch nicht so das Aroma, als wenn ich frischen Spargel koche. Das ist aber eigentlich ganz klar, ne? Gemüsearten wie Blumenkohl zum Beispiel. Mache ich da etwas falsch? Oder... Ne, der liegt am Spargel. Da müssen Sie sich gar keine Gedanken machen. Lassen Sie einfach den Spargel aus der Truhe raus. Ja? Ja, ganz ehrlich. Also ich würde Spargel nicht einfrieren, wenn überhaupt nur fertig geschnibbelt, um nachher ein Süppchen draus zu kochen. Aber nicht, um jetzt frischen Spargel zu genießen, wie man das sollte, während der Spargelzeit. Und sind Sie einfach nur glücklich, dass Spargelzeit da ist. Weil wenn man den irgendwann durchhaben wollte, dann vielleicht aus dem Gläschen, aber bitte nicht tiefgefroren. Das tun Sie dem armen Tier nicht an. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ja, danke schön. Ich bin nämlich oft mit anderen Gemüsearten auch so. Aber dann weiß ich Bescheid. Dann lasse ich ihn aus der Tiefkultur. Danke, das ist sehr lieb. Der Spargel wird es Ihnen danken. Und machen Sie doch. Tschö. Danke schön. Nette Frau, ne? Ja, aber die kommt ja aus deiner Gegend oben. Sag mal, Patrick. Wenn du so kochst, für Freunde, gibt es da auch mal Erlebnisse. Ich habe mal gehört von einer guten Freundin von dir, dass mit der Gans es nicht zur 15 Uhr gepetzt hat. Tja, irgendjemand hat gepetzt. Ja, das war meine allererste Weihnachtsgans. Ja? Das war ein ziemliches Desaster, muss ich sagen. Die gab es dann irgendwann nachts um zwei, glaube ich, weil ich ewig dachte, sie wäre nicht fertig. Und wir waren bis dahin schon dermaßen besoffen. Das war eigentlich auch schon egal, was da auf dem Tisch war. Und ich dachte immer, sie wäre nicht durch. Und dann kam sie auf den Tisch tatsächlich, hat zwei, zwei. Und ich wollte sie aufschneiden. Und da hat sie einmal so gemacht und der ganze Vogel ist auseinandergeflogen. Hat aber bestimmt toll geschmeckt. Also die war auf jeden Fall gar. Ja, das würde ich sagen. Das heißt, die war gar Kettensäge zum Aufschneiden. Aha. Und dann... Also ich meine, es gibt ja Rezepte von die, was weiß ich, bei 80 Grad fünf Stunden in den Ofen müssen oder so. Aber meine? Nee, nee, die war schön fünf Stunden bei 180 Grad im Ofen. Wow! Na, sie hat ja Röststoffe vom Feins. Ich muss aber sagen, es ist schon lange her. Zwei, drei Wochen sind es bestimmt. Zwei, drei Wochen? Nein, zehn Jahre oder so. Ja. Ach, Kinder, die Kamera. Also das müsst ihr sehen. Johann, das hast du noch nie gesehen. Ich bin völlig überrascht. Patrick, guck mal. Guck mal meine Muffins an. Dagegen ist es ein Soufflé. Christo. Christo. Sieht gut aus, ne? Ja, auch machen. Super, ganz schön gewachsen. Ist das nicht schön? Super schön. Na? Soll ich aufmachen? Nein, nein, nein. Ganz wichtig ist natürlich die Auswahl der Tasse. Wenn ihr das alte Sammelporzellan von Oma dafür nehmt, ja, das wäre blöde, weil bei 180 Grad wird irgendwann nicht nur der Goldrand anfangen, sich aufzulösen, sondern die Tasse auch platzen. Ganz beschissen ist übrigens so ein Plastikbecher. Ja, also das sollte man gar nicht machen, ja. Also da nix an Fertigprodukten. So eine schöne, dicke Wand. Toll, ne? Toll, toll. Claudia, bin ich glücklich, dass mir mal mit dir gelingt. Ja, hast du nicht gedacht. Doch, doch, doch. Doch, doch, wir zwei sollten zusammen Politik machen. So, dann gehen wir so richtig auf, ne? Da gehen wir zwei auf. Ich muss mit meinem Hackbraten da oben. Vielleicht können wir die Sendung ein bisschen länger laufen lassen heute. Also, es ist ja wie immer so, der Koch wird fertig und der Möchtiger, den Koch braucht nur ein bisschen, ja. Meine Muffins sind sehr standfeste Teile. Lieber Horst, komm, ich zeig. Ich geb dir ein bisschen Nachhilfeunterricht. Komm, wir gehen mal hier gucken. Also, das ist jetzt Backchoy, ja. Das ist ein Kohl, der ist sehr zart. Eine spezielle Form von Kohl gibt es sehr oft natürlich in Asien. Bei uns gibt es das auch zu kaufen, also ganz einfach. Und den tun wir jetzt nur ganz kurz in etwas Sesamöl braten, mit Sojasauce ablöschen und leicht würzen. Womit? Mit nur ein bisschen Zucker, Salz und Pfeffer. So, und hier sieht man schon mal diese Hühnchenteile, ja. Die braten ganz langsam. Die meisten Leute machen den Fehler, dass sie so was, wenn sie hier kochen, einfach zu heiß machen, ja. Ja. Die tun das nur langsam braten, Stufe 4 von, Stufe 4 von, äh... 11 haben wir. Nee, ich hab ne 9. Du hast ne 9, ich meine hat 11. Ja, siehst du mal. So, und der Batik hat hier, guck mal hier, das kann man auch mal zeigen. Wunderschöne... Ja, ja. Und jetzt versteht, jetzt, jetzt versteht ihr, was ich da meine, ja? Es ist also jetzt hier wirklich, äh, diese, diese Bank... Oh, heiß hier. Das ist doch heißerlich. Die speichern die Hitze, ne? So. So, wie das Johann Kalt brät, sind die scheiße heiß. Ja. Gut. Ja, sehr nett. Schön kross, die Brötchen sind wirklich klasse, gell? Und hier wird der Backjoy nur ganz kurz reingegeben, hier, und dann wird er schön hier gedünstet. Das Fleischbrät hier, also, mein Essen, Horst, wird was. Ja. Und so auch. Aber die Dinger hier kannst du schon so laufen lassen, ne? Gell? So, back... Wenn ich euch mal Johann so mag, dass er nur mit Produkten aus der Region arbeitet, ne? Alles, alles regional bezogen, guck mal. Ja, China, Kohl... Kaffee, Limonenblätter, Ingwer, Makadaminüs aus Australien, Limonen aus Köln. Wo kam das scharfe Huhn nochmal her? Das war Thailand, war das, Thailand, war das, ne? Aber da hilft... Das war wirklich lecker, muss man sagen. Da hilft der Hubschrauber beim Einkaufen von Johann. Das ist ja das Schöne. Warst du schon mal auf der Stromburg essen bei Johann? Ja. Ja, ist das nicht ein Traum? Ehrlich? Ich war aber schlange her. War mir? Gar nicht gemerkt. Aber da war ich nicht da. Doch. Er war ja in der Küche, deswegen konnte er dich ja nicht sehen. Schlange her, das war eine große, schöne Veranstaltung, super lecker. In der Sauna bei ihm im Laden. Kinkel! Nein, in der Sauna war ich nicht mit Herrn Lava, das war, glaube ich, jemand anderes. Genau, das war mit Kinkel damals, diese Tagung. Mit Kinkel, ja, Tagung in Europa. Ich war ja der Koch von Kinkel, ich war mit den Flüssen unterwegs, mit einer Ausmesserführer. Und weil er weiß, dass es mir das Essen Spaß macht, hat er mich auch eingeladen. Angeber, 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 Angeber. Doch, das war so, heißt, ehrlich. So, man backt schon, die dünnst nicht her. Sie sehen gar nicht falsch aus, die Dinger. Wie? Sehr cool. Ich mache jetzt mal eine kurze, schnelle Soße für unsere Zuschauer, damit sie sehen, was man noch zu Hühnchen essen kann. Und zwar habe ich hier Ingwer. Wenn du das machst, ich rufe mal Renate Krüger an, weil die hat mir geschrieben. Was wollte ich von dir wissen? Das verraten die ja leider nicht. Ach so. Ich nehme, ganz kurz noch, kurz für die Zuschauer. Ingwer, brauner Zucker, Sojasauce, Limonensaft, Chili, Essig, alles mischen hier, ja? Zum Hühnchen nachher. Krüger. Frau Krüger, hier ist Laver Lichter Lecker und ich bin der Horst. Oh, guten Tag, Herr Lichter. Das freut mich aber, Sie zu hören. Dankeschön. Sie wollten aber Herrn Lichter gar nicht sprechen, oder? Ich höre gerne Sie beide. Ah, gut. Ich bin dann unparteiisch. Okay. Das sind wir hier heute nicht. Heute haben wir eine Partei hier. Frau Krüger, Sie hatten aber eine Frage, die kann ich Ihnen mit Rat und Scheiß zur Seite stellen. Ja, dann frage ich Sie mal. Ich möchte gerne wissen, wie man die Alufolie benutzt. Und zwar, wann benutzt man die glänzende Seite der Alufolie und wann die Matte? Ja, da bin ich natürlich Spezialist in Alufolie, ne? Das heißt, wenn man für Karneval kleine Hütchen baut, dann sollte man die glänzende Seite nach außen nehmen. Weil dann fällt man auf. Wenn man die Hitze reflektieren möchte, dann nimmt man auch nach außen die silberglänzende und nach innen die stumpfe. Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja? Ich bin ja, ich habe keine Ahnung. Johann, weißt du was? Johann, wusstest du, dass die zwei Seiten haben? Was? Alufolie. Ja, weiß ich schon. Und warum? Die haben eine glänzende, eine matte Seite. Ja, warum? Das weiß ich nicht. Das weißt du auch nicht. Also, Frau Krüger, es tut mir wahnsinnig leid, aber Sie sehen, Sie sind hier mit... Ja, wir können aber Publikum fragen. Wir haben ja ein paar Joker frei. Das Publikum. Weiß jemand, wann man die glänzende oder die stumpfe Seite benutzt? Hand hoch. Weiß keiner, ne? Also ich kann Ihnen nur sagen. Eine Dame weiß es. Glänzende legt man nach oben, wenn man die Hitze reduzieren will, zum Beispiel bei Aufläufen. Wenn man jetzt aber die Hitze anders gut machen will, dann muss man das Blanken nach innen machen. So einfach ist es. Zum Beispiel mit Backkartoffeln macht man das Glänzende oben, damit sie nicht einbrennen. Was? Backkartoffeln? Alle vorliegen. Backkartoffeln. Ah, Entschuldigung. Das war's. Frau Krüger, ich werde mal ganz in Ruhe nachlesen. Ich bin völlig überrascht worden mit dieser Frage. Das merke ich jetzt. Ich weiß, ich weiß, ich sage zu, bitte auf. Ja, ich gebe Sie mal rüber. Tschüss, Frau Krüger. Tschüss, Herr Richter. Frau Krüger, grüß Gott. Hier ist noch Jochen Lafer. Guten Tag, Herr Lafer. Also, ich kann nur sagen, ich merke da keinen Unterschied. Ich koche schon viele Jahre und für mich ist alle volle, alle volle, ob sie links oder rechts rum genommen wird, sie erfüllen einen bestimmten Zweck. Und deswegen glaube ich, steht auf der Verpackung überhaupt drauf? Steht nicht drauf. Steht das drauf? Warte, nee. Nee, steht nicht drauf. Deswegen glaube ich, einfach benutzen, egal ob links oder rechts rum, hauptsache sie dient dem Zweck. Okay, dann bedanke ich mich vielmals. Ja, weiterhin viel Spaß beim Kochen. Ja, ich möchte noch anmerken, dass Ihre Sendung sehr originell ist. Also, diese kleinen verbalen Sticheleien zwischen Ihnen und Herrn Richter finde ich sehr herzerfrischend. Was heißt denn originell? Es ist was zu Donderes. Okay. Ja, wir werden uns Mühe geben. Vielen Dank für den Anruf. Servus. Danke, mich auch. Auf Wiederhören. Ciao. Horst, du bist originell. Du bist sehr originell, Johann. So. Wie bei bist du überhaupt? Fertig, fertig. Bei uns sieht es gut aus. Bei uns sieht es auch klasse aus. Wir sind fertig. Wir konnten eigentlich mit dem Dessert anfangen. Ja. Sag mal, Horst. Ja, bitte, Johann. Jetzt mal ehrlich, ohne Witz. Ja, ganz ohne Blödsinn jetzt mal. Du kochst wirklich alles immer so schnell. Wie geht das bei dir? Ja, ich bin gut organisiert. Ich habe Berater. Gute Assistentinnen. Gute Assistentinnen. Blut jung, wild hübsch. Was machen wir jetzt, dass der fertig wird? Ich mache halt eine 1a Küchenpolitik. Ich komme jetzt mal hier hin und nehme vor, absolut alles perfekt zu machen. Aber der bringt mich nach 5 Minuten aus dem Konzept. Ich weiß oft schon gar nicht mehr, was da rumsteht, was ich damit überhaupt machen soll. Hast du mal einen Reibeherber. Dafür hast du ja den Patrick neben dir. Der hat noch den Überblick hier, glaube ich. Wenn ich das übrigens mal so sagen darf. Patrick. In welchem. Der ist ganz, auch wieder ohne Spaß. Ich finde dich ein super Typ. Und wenn man sieht, mit welcher Ernsthaftigkeit er sich behauptet, neben einem solch genialen Koch wie Johann. Das kann was. Ist aber auch einigermaßen aufregend. Aufregend? Ja, ja, schon. Das stimmt. Ja, bitte, Johann. Wieso 6 Portionen für 4 Personen? Ja, 2 sind für mich nach Hause zu nehmen. Wieso 4? Wir haben 140 mal ein Publikum sitzen. Die müssen mich ja auch beurteilen. Wir müssen nur mal überlegen, wie wir dem Publikum beibringen, dass der Hackbraten in der nächsten Sendung fährt. Oder wir machen Hackbraten-Mediums. Ja. Oder? Also, du weißt ja, es gibt auch einen Tartarbraten. Vielleicht wird das dann was. Ja, ich meine, das wäre auch ein Tartarbraten. Man isst ja Hack auch gerne roh. Dann heißt der Tartar, Ei ist auch drin. Das könnte man so essen, wie es ist. Aber guck mal, was die da drüben für eine Sauerei veranstaltet haben. Das ist sauber. Ja, ja? Ja. Wir arbeiten vor. Ich wünschte, bei mir wäre es mal so. Du kannst jetzt da bitte die Hühnchen rausnehmen. Sind die wirklich gar, Johann? Woher die Soße machen? Ja, ja, mag ich sofort. Wann darf man einmal Soße von Johann so probieren? Bitte, ja, genau. Aber jetzt ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Ganz einfach Soße. Brauer Zucker. Ja. Chili. Ja. Darf ich auch? Magadamienüsse, genau. Sojasoße, Essig. Ja. Was habe ich noch reingemacht? Die Mohnensaft. Was für ein Essig? Weiß mir das auch, Mikko. Zum Hühnchen. So ganz einfach. Dann guck mal hier die schönen Hühnchen her. Komm mal. Prost. Die scharfe Abteilung hier. Schiffscharf. Also man muss es aber sagen, verdammt lecker. Verdammt lecker, ja. Ja. Da wird es einem echt heiß um die Nase. Das bin ich, Kind, nicht die Soße. Nein, aber wenn diese leichte Schärfe nachkommen soll. Die kann ich jetzt aufschließen da. Bitte. Deine. So, haben wir auch noch so etwas anrichten? Das Auge ist mit. Siehst du hier, schön anrichten immer alles, wenn man kocht. Guck mal, man merkt schon, da tun wir so ein Jahr bei Fleur, ob du Lehre gemacht hast. Das hat da drüber, oder? Ja. Zwei oder drei? Gleich stellen wir die schön drauf. Wie das ist denn, Alter? So stellen wir auf ein Pellerschen. Weil der Blöde ist ja, meine Hackbraten wird ja wirklich nicht fertig. Wird ja nicht fertig. Nein, Johann hat mich ja so lange aufgehalten, bis der Hackbraten nichts macht. Ja, dann erst mal eben bei der Nachbarschaft mit. Wir zeigen den daher trotzdem, bis der Fernseher kann ja keiner probieren. Ich weiß doch gar nicht. Aber wie lange braucht der denn normalerweise? Normalerweise halbe Stunde? Halbe Stunde. Ja, halbe Stunde. Also Johann seins kannst du loben wegen der Optik. Ja. Schön. 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 Schön, die Blumen kenn ich. Hab ich auch vorher. Und dann probierst du. Und dann? Dann sagst du, schön. Die Blumen in die Mitte. Oh, das ist gemein. Jetzt komm mal bitte. Ja. Jetzt komm mal. Ja. Guck mal hier. Da kannst du jetzt wirklich ausnahmsweise mal schön sagen. Schön. Sehr schön. Ganz schön schön. Sieht aber wirklich schön aus. Backchoy ganz gesund, nur kurz gebraten. Also nix. Johann, ich hab jetzt nur eine Frage noch technisch. Ich hab ja sechs Portionen für vier gemacht. Aber wieso machst du nur drei für vier? Guck mal da vorne. Das sind drei Schäden. Guck mal da vorne. Guck mal da vorne. Sehr schön. Viel Salz drüber. Magst du mir helfen, diese schönen Dinger? So drei Stück in unseren Teller drumherum? Ja. Na, die Soße drüber machen. Die könnten warm sein. Geht noch. Ja. Hühnchen in thailändischer Banade und die Soße dazu. Ich denke, beinahe ist gut gelungen, oder? Sieht hervorragend aus. Ja, wir sind so ein bisschen ökotechnisch drauf. Aber innensee, nicht außen. Innen mit, ich schneid den gleich am Tisch auf, Johann. Gut, komm. Wenn die Sendung vorbei ist. Nein, nein, nein. Komm, den Platz. Ja, stell das ruhig unterm Tisch irgendwo. Stell's mal da hin. Hier, da vorne. Übrigens, die Zucchini ist super knackig geworden. Johann, nicht rangehen. Horst, ich hol den Wein, bitte schneid auf. Ach, das Bierchen, Moment. Ja, hol du uns ein Bierchen, ich soll aufschneiden. Ich glaube, der hat was Böses mit mir vor, der Kerl. Moment. Ich kann das nicht aufschneiden. Komm, steig, schick ab für mich, ich hab Hunger. Mein Messer ist stumpf. Ich trau mich nicht. Das ist so schön geworden, Johann, das kannst du auch nicht zerstören jetzt. Ne, Johann. Pass auf, der macht wunderschön innen. Oh, lecker, saftig. Schön. Ja, ja. Ja, ja. Schön. Was soll ich sagen, ne? Also, ich habe gelernt, lieber Horst, dass Claudia Roth und Patrick Fichte zwei super Köche sind. Genial. Ich habe heute gelernt, dass man einen Hackbraten mindestens al dente, das heißt, halb rosa braten muss. Halb rosa, damit das Schwein nachher sich nicht verschmerzen konnte. Und Sie, liebe Zuschauer, hoffentlich haben Spaß gehabt beim Kochen. Bei Lafe dich der Lecker. Bis nächste Woche. Danke für mal. Tschüss. Servus. Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön. Vielen Dank.